Musik Auch Superstars wie Bajon C. 36, Crazy Inlew und Jaitzit, 48, Ampere State of Mind, sind nicht vor technischen Pannen gefeit. Auf ihrer gemeinsamen Onderan 2, Tour kam es nun zu einem Dicken Batzer. Zum Ende ihres Konzerts in polnischen Warschau steckte Bajon C. am Wochenende wegen einer offensichtlichen Fehlfunktion auf einer erhöhten Bühne fest und musste von Mitarbeitern im Stadion Narodogi gerettet werden. Dies ist unter anderem auf im Netz kursierenden Smartphone-Mitschnitten von Fans zu sehen. Da die Sängerin nicht mehr herunterkam, mussten Bühnentechniker eine Leiter aufbauen. Bajon C. schien der Sache nicht ganz zu trauen, doch unter Jubelschreien und Sprechgören schaffte es der Megastar schließlich doch, die Leiter hinabzusteigen. Unglücklich, dass ihr knappes Bühnenkostüm den anwesenden Fans dabei mehr als nur einen Blick auf den Allerwertesten der Sängerin ermöglichte. Musik 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 Musik